Liebe Volksfreunde nah und fern, ich bin ja gelernter Offset-Drucker, ein Beruf, den ich über zwei Jahrzehnte sehr gerne ausgeübt habe. Die Berufsausbildung fand in Berlin in der Betriebsschule des Neuen Deutschland statt, damals noch das Zentralorgan der SED. Unser Internat lag unweit des Ostbahnhofes in der Straße der Pariser Kommune. Dort erlebte ich im Herbst 1989 die Friedliche Revolution und den Mauerfall quasi in der ersten Reihe. Eine unglaublich spannende Zeit. Fast jeden Abend waren wir unterwegs, nahmen an irgendwelchen Kundgebungen teil oder besuchten Versammlungen der Opposition in der Zionskirche oder in der Gethsemanekirche im Prenzlauer Berg, wo wir Bärbel Bollai, Ibrahim Böhme und anderen Bürgerrechtlern lauschten. Im Frühling 1990 lernten meine Kumpel und ich in einem Biergarten in der Nähe des Zentrum Warenhauses am Ostbahnhof einen älteren Linken aus dem Westteil Berlins kennen. So einen richtigen Apo-Genossen, der stolz von seiner Teilnahme an den Protesten gegen den Scharbesuch 1967 erzählte. Dieser Mann zog dann plötzlich eine Ausgabe des Spiegel aus seiner abgewetzten Ledertasche, legte sie vor uns auf den Tisch und sagte mit großem Ernst, Jungs, den müsst ihr lesen. Kostet zwar 5 Mark die Woche, aber ihr könnt ja zusammenlegen und das Heft dann rumreichen. Zumindest ich habe seinen Ratschlag befolgt und von diesem Tage an rund 20 Jahre lang jede Woche den Spiegel gelesen. Die allermeiste Zeit tatsächlich mit Genuss. Heute kann ich mir das beim besten Willen kaum noch vorstellen. Ich musste daran denken, als ich heute im Onlineportal des Spiegel tatsächlich den Satz las, Zitat, die Bewohner der Bundesländer Thüringen, Brandenburg und Sachsen haben im September bei den Landtagswahlen die große Chance, ihren Ruf endgültig zu verlieren. Zitat Ende. Nun bin ich Mecklenburger und wir samt der Pommern scheinen an der Stelle ja nochmal Glück gehabt zu haben. Doch für alle Ost- bzw. Mitteldeutschen südlich von Elbe und Prignitz hängt der Ruf scheinbar nur noch am seidenen Faden. Grund ist das Wahlverhalten, denn wie es aussieht, werden die meisten Stimmbürger in den genannten Bundesländern wohl die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht wählen. Wer aus Sicht der Redakteure eines Hamburger Nachrichtenmagazins im Rahmen einer demokratischen und freien Wahl, die aus ihrer Sicht falschen Parteien wählt, verliert damit also seinen guten Ruf, wird zum Paria, mit denen man im anständigen Teil Deutschlands nichts mehr zu tun haben möchte. Man hört aus dem Off Bertolt Brecht und sein berühmtes Gedicht Die Lösung. Ich zitiere Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verschärzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Zitat Ende. Für die Lügenfabrik Korrektiv, die gerade erst mit einem Journalistenpreis wegen großer Verdienste um die Demokratie ausgezeichnet wurde, kommen indes noch ganz andere Strafmaßnahmen in Betracht. Da ist der Kontaktabbruch schon geplant. Ein Journalist von Korrektiv schrieb dieser Tage auf X, man solle angesichts der Wahlumfragen im Osten, Zitat, lieber über eine Trennung nachdenken. Es könne nicht sein, Zitat, dass eine Mehrheit der ehemaligen DDR-Bürger, die nur ein Sechstel der Gesamtbevölkerung stellen, mit der Westbindung das Erfolgsmodell der Bundesrepublik zerstören. Die Tschechoslowakei hat es vorgemacht. Zitat Ende. Was hat die Tschechoslowakei vorgemacht? Tschechen und Slowaken haben sich 1992 getrennt, weil es sich eben um zwei verschiedene Völker handelt, die wie andere auch im Zuge der Auflösung des Ostblocks jeweils ihren eigenen Weg gehen wollten. Deutet Korrektiv hier also an, Ossis und Wessis seien verschiedene ethnische Gruppen, die nicht in einen gemeinsamen Staat passten? Sollten wir Bewohner der östlichen Bundesländer also auf unsere Selbstbestimmung pochen und unsere Unabhängigkeit einfordern, ähnlich wie die Katalanen und Basken in Spanien, die Schotten im Vereinigten Königreich oder die Korsen in Frankreich? Entkolonisierung sozusagen? Für wahr ein aparter Gedanke. Wir bekämen den schönsten Teil der Ostsee, das Erzgebirge und Thüringen. In der Ukermark würden endlich wieder Häuser frei. Die Ossis sind bekannt dafür, aus Schiete Bonbons machen zu können, weswegen ich davon überzeugt bin, dass wir auch ohne den Spiegel und jene, die ihn noch lesen, gut zurecht kämen. Wenn der Westen dann in Folge einer dort nicht mehr rückgängig zu machenden Migrations- und Multikultipolitik in Chaos und Bürgerkrieg versinkt, werden uns die Herrschaften von der Relotius-Spitze in Hamburg vielleicht noch beneiden. Doch abschließend nochmal ganz im Ernst. Wir Deutschen lassen uns von denen, die unsere Nation und unsere Kultur hassen, nicht spalten und gegeneinander hetzen. Schon gar nicht am 126. Todestag Ottos von Bismarck des wahren Kanzlers der Einheit. In diesem Sinne auf bald und weiterhin eine schöne Woche.